Was ist hier bitte los? Machen diese Jungs uns alle noch verrückt? Der Wurf ins Glück! Tim Bornhauser, sein letztes Spiel! Letzter Wurf! Zweite Bundesliga! Ja, Haskell! Totsdam ist dabei! Und wer könnte es anders sein als Tim Bornhauser? Ja! Letztes Saisonsspiel! Letztes Spiel der Karriere! Aufstieg! Wahnsinn! Ihre Szenen! Platzsturm in der Schildstörling! Werتprobiert? Nie werdet! Nie werdet! Sieg, 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 sieg! Ja! 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 Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja!